hallo leute mein name ist sozialinstalk und ja der trailer ist jetzt schon ein bisschen raus denn das neue update ist offiziell gelauncht jetzt allerdings müssen wir noch ein paar tage warten bis wir uns reinstürzen können und ich freue mich persönlich drauf und hier ist noch ein launchtrailer den wir jetzt wecken mal gucken was da so drin ist und so und noch eine kleine info wegen der einen premiere die heute noch kommt die war schon im letzten monat schon eingefügt wurden also ja habe ich jetzt gesagt komm ja die war sowieso schon die ganze zeit da die wird jetzt noch ablaufen als letzte also die kommen jetzt nicht irgendwie jetzt groß es ist nur noch eine übrig geblieben und dann sind alle durch also ja legen wir los mit dem trailer das ist ja nicht so fortstand eine Woche wir gucken ob wir noch weiter sind als er steht willkommen zu NeutubeCity das ist mein bestes Video so far ich habe einen finalen Scorer von 3 Stars das stimmt nicht, ich bin nicht dabei Good interview! Good interview! Tendencias capturadas! Playcon? Famoso Polemico! Ja, es gibt ja noch ein Storytitel Ja, die Ghostbuster Geschichte Ja stimmt, ja jetzt möglich Was? Was ist das für ein Bunny? Ja, neue Alters und so Das ist ein riesen Update Das hier die Pause gesöhnt Ja, nur noch ein erstes geschafft damals Ich sah da eine Menge Influencer, die das Spiel gespielt haben Keinen einzigen von denen kannte ich Erstens Und zweitens Habe ich keinen einzigen Schimmer von Paluten oder Germ Let's Play gesehen Ich hätte jetzt eher erwartet, dass die Influencer gewählt wurden Von denen, die im Game sind Aber nein, kein einziger Habe ich irgendwie erkannt Von denen, die im Game sind Und ja, auch von Paluten und Germ Let's Play Kein einziges Wort Hm, keine Ahnung wie sie ausgewählt wurden Aber, hm Ist halt so Auf jeden Fall Wir werden uns zurück in Youtubers Live 2 Begeben Sobald Alle PC-Promiere bei bei sind Mal gucken wann genau Vermutlich noch diesen Monat Und Ja Dann geht es endlich weiter mit dem Let's Play Und ich bedanke mich für's Zusehen Bleibt sozial Lass genau da Und Bye